Da ist einer. Oder mehrere. Oh. So. Ich hab schon ein wenig Respekt vor diesen Viechern. Da haben wir einen Hammer. Oh. Okay. Faszinierend. Gehen wir wieder raus. Aber langsam. Nicht, dass da jetzt schon eine Zombie-Horde durchkommt. Ist da wer? Hey. Nimm das. So. Jetzt muss ich noch mal kurz warten, bis das Feuer aus ist. So. Was? Ja. Oh. Okay, ist leer. Nachladen. Und weiter auf Zielzug. So, haben wir hier was. Axt haben wir. Axt haben wir. Dann brauchen wir die nicht einsammeln. Aber die ist vielleicht noch schärfer. So. Hier ist die Luft rein. Hier gibt's nix. Was? 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 Das ist ein bisschen vorteilhaft hier. Wenn ich irgendwie auf der Anhöhe bin oder sowas. Dann ist das wohl so, als ob die Intelligenz des Spiels ein bisschen nachlässt. Oder die Intelligenz der Viecher im Spiel. Die denken, ich bin nicht mehr da. Und die bewegen sich nur, wenn ich irgendwie registriert werde, durch irgendwelche... Keine Ahnung. Der hat ein bisschen viel getrunken. Naja, jedenfalls kann das sein, dass die nur durch so eine bestimmten Entfernungssachen reagieren. Denn wenn ich da bin, in der Nähe oder so. Ich hab ja auch keine Ahnung davon. Aber ich hab mal da so eine Karte irgendwo gesehen, wie man Karten erstellen kann. Und da sind überall so eine Linien, wo denn, wenn man die passiert, dann passiert halt irgendwas. Oder so. Naja. Oh. Da geht's rein. Aber hier doch auch. Achso, die ist zu. Na, dann gehen wir hier lang. Oder auch nicht. Können wir hier hoch? Ja, hier ist besser. Luft ist rein. Nee, die Stange wollen wir nicht nehmen. Du siehst kaputt aus. Oh, was... Achso, nee. Die wollen wir ja nicht. Gewehr haben aber keine Munition mehr. Nur noch zwölf Schuss. Oh, ach nee. Das ist ja das Teil. Ja, schöne schnelle Schussrate, aber Durchschlagskraft hat sie nicht wirklich so. Ihr seid dumm wie Brot. Hä, 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 hä. Okay. Ich immer noch nicht da. Ich muss jetzt gucken, wenn ich das Tor geöffnet habe. Ob ich dann endlich da bin. Ich muss sagen, es war schon ein weiter Weg. Hier ist auch nix. Nicht, dass gleich eine Zombiehorde reinkommt. Meine Energie ist nämlich nicht so schön. Was haben wir hier noch? Ja, die streut ein bisschen sehr viel. Okay. Habe ich noch nichts gefunden. Revolver-Munition. Munition. Munition. Also ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um und dann gehe ich zum Garagentor. Ah, endlich Energie. Das ist doch schön. Aber wahrscheinlich geht das Garagentor sowieso noch nicht auf. Weil ich da noch eine Sicherung reinpacken muss. Sind noch alle drin? Ja, denn hier ist eine Sackgasse. Das heißt, das Garagentor wird wohl noch nicht aufgehen. Energie ist ja ausnahmsweise immer voll. Jetzt kriege ich das da unten wieder nicht auf. Da. Get to the police station, open the Garagentor, put the... okay. Oh, der Computer hier geht sogar. Also er geht nicht, aber er funktioniert. So, hier haben wir ja auch alles. Dann packen wir mal das Teil hier rein. Ja. So, wo war denn der Schalter? Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Nächste. Haben wir hier... Habe ich noch einen Molotow-Cocktail? Ja. Nein. Alle neunen? Nee, nicht alle neunen. So, die lassen wir nochmal abfackeln, die zwei. Den da hinten. Achso, der fackelt jetzt auch ab. Der wollte nicht abfackeln. Ich glaube, ich sollte das Spiel eigentlich 4 zu 3 spielen. Damit das nicht so verzerrt ist. Aber ich finde, es hält sich noch in Grenzen. Es könnte schlimmer sein. Es fällt gar nicht so doll auf. Hier ist nix. Wegfahren kann ich auch nicht. Also, ich lade mal nach. Mache ich mal ein Quicksaving. Laufen wir mal. So. Da ist die Polizeistation. Ist aber schon... Sind schon eine Weile unterwegs. Muss ich mal ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich gehe zwei Minuten. Wahrscheinlich dauert es normalerweise auch nur so lang. Oh. Oh. The Walking Dead. Find someone to help you. Okay. Ach du Scheiße. Ach, die wollen mir bestimmt helfen. Nee, die wollen mir nicht helfen. So gut abgewartet, dass die beide auf einem Fleck waren. Hier haben wir nix. So. So, hier ist nix. Oh, ein cooler Sound. Nicht bewegen. So, da haben wir Energie. Die Energie ist voll. Golfschläger. Das ist kacke. Ja, ne schöne... Nein! Nein! So. Mensch. Na. Oh, egal. So. Das ist ein bisschen kompliziert, hier die Sachen aufzuheben. Kann aber auch an mir liegen. Aber der Sound jetzt ist cool. Ist man nicht so flott, ist man ein bisschen unheilvoller irgendwie alles. Finde ich geil. Jetzt noch tolle Lichteffekte und so. Aber wahrscheinlich finde, hier macht es auch das gewisse etwas aus, dass die Grafik halt schon ein bisschen veraltet ist. Ist ein netter Spielspaß zwischendurch, finde ich. Ach so, kann ich nicht von dieser Seite öffnen. Da sind Schritte. So, kommst du hier durch? Komm, ich mach dir mal die Tür auf. Hey, ah, der hat einen Bester an. Dann eben so. Ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen. So, nur noch ein Schuss. Den hätte ich doch mit der Axt platt machen können. Ein Treppenhaus. Ach so, kann ich auch nicht öffnen. Das ist gut. Jetzt ist die Musik weg. Jetzt geht's wieder los. Oh, Waffen. Ein Paradies. Ist aber verschlossen, oder wat? Ich bin im Himmel. Was? 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 Ah! Ah! So, jetzt hab ich wieder Kacka gebaut. Aber... Ich will die hier! Was ist das? M16? M4? Irgendwas? So eine hab ich doch. Hä? Ach so, jetzt ist der Alarm aus. Ey, Leute. Ich will so ne Waffe. Habe ich keinen Bolzenschneider oder irgendwas, um hier das Draht kaputt zu machen? Das ist ja blöd. Ich bin doch noch im Himmel. Ich bin doch noch im Himmel. Ich kann meine Freude nicht in Worte fassen. Ich kann meine Freunde wieder aufnehmen. Oh, voll! Oh, voll! Oh! 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 Ach so, die ist voll. So, hier kann man, wie es aussieht, ein bisschen seine Schießkünste unter Beweis stellen. Aber will ich das überhaupt? So, so, ey, so, 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 und so, und so. So, ihr könnt da so rumkrebsen, bis ans Ende eurer Tage. Ach so, die ist voll, ja, dann hau ich hier nochmal welche raus. Hier in den Popo. So. Ach so, ist immer noch voll. Ja, dann nehme ich nochmal... So. Und so. Und so. Ey, das muss ich mir merken. Dass ich den Leuten ständig mal... ...Beine wegschieße. Oder den Kopf. So, jetzt will ich weiter. Jetzt haben wir genug gespielt. Was ist das da? Aha. Ach so, jetzt habe ich die aufgemacht. Die ist verschlossen. Wey. Wo habe ich denn die Axt da? Dann machen wir das so. So, der ist sauer. Au. Ich dummarschirn. Ja, Zombies killen ist kein Vergnügen. Es geht dir lediglich schon um das Überleben. Ich nehme mal ein... Und jetzt? Kann ich die trinken und habe Energie? Ist das Energy? Was ist denn das? Bier? Irgendwas Grünes. Na toll. Musik weg. Geht wieder los. Da geht jemand. Oh, das ist ein Kotzer. Ah, Nachlan. Kann ich da jetzt lang gehen? Ich gehe einfach mal. Ja, der stinkt nur ein bisschen. Solange er mich nicht ankotzt. Was haben wir denn hier? Die geht auf. Oh. So. So, dann gucken wir hier nochmal durch. Jetzt könnte man wieder ein bisschen Energie gebrauchen. Oh, ein Molotow-Cocktail ist auch nicht schlecht. Nix. Da liegt etwas. Also eine tote Leiche. Axt haben wir. Axt haben wir. Kann ich hier rausspringen? Ja. Die Luft ist rein. Leer. Leer. Steht der da auf? Der da liegt. Rechts in der Ecke. Ja, ist er. Energie. So, hier haben wir ja eben da reingeguckt. Und sind weitergelaufen. Gehen wir einmal wieder hier rum. Der steht nicht auf. Und dann gehen wir hier lang. Nachladen einmal. Und ich nehme mal den Revolver. Da ist wieder so ein komischer Gollum-Typ, der hier rumkrabbelt, glaube ich. Oh. So. Ihr Rabauken. Ohne Granate wäre ja auch nicht schlecht. Aber habe ich nur zwei erwischt? Nur zwei erwischt? Hier ist nix. Dannen wir mal los. Oh.